Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, eine Mondfinsternis, eine Sonnenfinsternis und jede Menge Verzauberungsaspekte durch Fantasieplanet Neptun, es warten spannende Konstellationen auf uns. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit der Vorhersage für die zwölf Sternzeichen und den Tendenzen für die Liebe, die Finanzen und die Gesundheit im Juni. Und da haben wir zwei astrologische Großereignisse auf dem Programm, nämlich eine partielle Mondfinsternis im Schützen und eine ringförmige Sonnenfinsternis im Krebs. Obwohl man die Sonnenfinsternis hier bei uns in Deutschland nicht beobachten kann, ist sie natürlich astrologisch von großer Bedeutung und ich werde darauf in meiner Deutung für die zwölf Sternzeichen auch eingehen, nämlich in welchen Bereichen sie sich bei euch bemerkbar macht. Die Timecodes für alle Sternzeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor ihr aber dahin klickt, habe ich hier noch ein paar wichtige Infos für euch, unter anderem auch, wer in der Verlosung vom letzten Monat gewonnen hat. Was die Sonnenfinsternis angeht, die wirkt immer am stärksten für diejenigen, die rund um dieses Ereignis Geburtstag haben. Das sind in diesem Falle die Geburtstagskinder vom 19. bis 24. Juni. Wenn in eurem Leben größere Entwicklungen im Gange sind oder sich anbahnen, könnt ihr jederzeit auch eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Nähere Infos, wie ihr mich erreicht, findet ihr auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung. Von den Finsternissen abgesehen, besteht auch im Juni noch ein Gefühl von Unklarheit und Ungewissheit, wie es nun weitergeht. Die Venus ist noch bis zum 25. Juni rückläufig und am 18. wird der Merkur rückläufig. Beides weist darauf hin, dass es nach wie vor schwierig ist, Pläne zu machen und dass die Corona-Krise uns auch weiterhin in Atem halten wird. Außerdem steht der Mars in den Fischen zusammen mit Neptun und das sind die beiden Faktoren für Infektionsgeschehen. Das kann bei denjenigen, die harte Aspekte zu Mars und Neptun empfangen, durchaus ein Warnhinweis sein, dass das Immunsystem schwächelt. Ihr könnt euch dazu nochmal das Gespräch, das ich mit Medizinastrologin Petra Dörfert geführt habe, anschauen. Andererseits können Mars und Neptun in den Fischen ein Hinweis darauf sein, dass man besonders gut auf alternative Heilmethoden, wie zum Beispiel Homöopathie, anspricht. In meinem Vitalstatus bekommt ihr die Infos, wie eure aktuellen Gesundheitsaspekte jetzt aussehen und auch Tipps, welche homöopathischen Mittel, Schüsselersalze oder Bachblüten ihr nehmen könnt, um eure Gesundheit zu unterstützen. Den Vitalstatus könnt ihr auf meiner Homepage bestellen und den direkten Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und Näheres zu den allgemeinen Konstellationen erfahrt ihr auch in meinem aktuellen Mondzyklus-Video. Auch diesen Monat gibt es wieder eine Verlosung. Ich habe zwei neue Horoskop-Produkte für euch, ein Kinderhoroskop und ein Liebeshoroskop und wer gewonnen hat, darf sich eins aussuchen. Näheres dazu erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil, also bleibt dran. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung vom Mai. Einen Vitalstatus gewonnen hat Meli Koller. Herzlichen Glückwunsch, liebe Meli. Bitte melde dich bei mir unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse und schick uns deine Geburtsdaten und deinen Wohnort, damit wir dir deinen Vitalstatus erstellen und zusenden können. Und jetzt geht es los mit den Horoskopen für die 12 Sternzeichen und wir beginnen mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Für euch setzt sich das Gefühl, im Ungewissen zu tappen, noch eine Weile fort, weil euer Herrscherplanet Mars sich in den Fischen befindet und das ist beim Widder-Kollektiv das versteckte 12. Haus. Zur Monatsmitte wird er sich dabei mit Neptun treffen. Das Beste, was ihr mit diesen Konstellationen machen könnt, ist eure Antennen ausfahren und verfeinern und eure spirituellen Fähigkeiten trainieren. Legt euch ein Schlaftagebuch ans Bett, falls ihr im Traum Ideen bekommt. Wenn ihr regelmäßig meditiert, könnt ihr diese Kräfte auch gut anzapfen. Vielleicht braucht ihr auch einfach mehr Schlaf und gesundheitlich könntet ihr euch ein wenig angeschlagen fühlen. Achtet also bitte auf die entsprechenden Anzeichen und setzt euch nicht drüber hinweg, das machen nämlich wieder schon mal gerne. Ihr solltet in einem gemäßigten Tempo eure Dinge erledigen, aber weil die Sonne, Venus und auch Saturn günstig zum Witter stehen, werdet ihr sicherlich doch einiges schaffen, was ihr euch vorgenommen habt. Natürlich immer vorbehaltlich dessen, dass die Situation insgesamt weiterhin unklar ist und dass wir alle noch nicht recht in die Zukunft planen können. Die rückläufige Venus befindet sich bei euch im dritten Haus der Kommunikation. Deshalb müsst ihr damit rechnen, dass es ähnlich wie beim rückläufigen Merkur zu Missverständnissen und Rückziehern in Beziehungsgesprächen kommt. Auch finanziell kann es zu Neubewertungen kommen. Wenn ihr einen Flirt am Laufen habt, achtet darauf, dass eure Nachrichten auch die richtige Person erreichen. Chiron und Lilith in eurem eigenen Zeichen bekommen fast den ganzen Monat über freundliche Aspekte von der Venus und der Sonne und das ist günstig für alle von euch, die als Heiler oder im Gesundheitswesen tätig sind. Ihr seid beliebt und eure Hilfe wird gern in Anspruch genommen. Achtet aber geduldig darauf, dass eure Patienten oder Klienten eure Tipps und Anweisungen auch richtig verstehen und befolgen. Normalerweise ist der Juni auch ein guter Monat in beruflicher Hinsicht für Marketingaktivitäten und Teammeetings und auch gute neue Ideen. Wenn ihr bei allem, was besprochen wird, darauf achtet, dass ihr das auch schriftlich festhaltet, um gegebenenfalls Rückziehern und Missverständnissen vorzubeugen, kann das auch durchaus produktiv sein. Wenn ihr jedoch etwas Neues vermarktet oder beispielsweise ein neues Produkt einführt, müsst ihr mit anfänglichen Schwierigkeiten rechnen und ihr seht wahrscheinlich erst ab Mitte Juli, ob das ganze Potenzial hat. Deswegen bitte etwas Geduld. Der Vollmond am Freitag, den 5. Juni, erscheint als partielle Mondfinsternis und aktiviert bei euch den Bereich der Pläne und Ziele. Das ist so eine typische Konstellation, bei der man abends ein Weinchen trinkt und hochfliegende Pläne für die Zukunft macht, aber am nächsten Morgen ernüchtert feststellen muss, dass vieles sich leider doch nicht so umsetzen lässt. Das kann übrigens auch die Liebe betreffen, zum Beispiel, wenn man von einer gemeinsamen Reise träumt. Deswegen genießt die Inspiration durch diesen Vollmond, ist ja auch ein Freitagabend, aber schaut euch an, was sich davon wirklich realistisch umsetzen lässt, damit ihr keine Zeit und Kraft vergeudet. Am 18. Juni wird dann der Merkur rückläufig und zwar bei euch im privaten Bereich der Familie und dort findet dann auch der Neumond am 21. Juni mit der Sonnenfinsternis statt. Die Sonne steht dann im Krebs und aktiviert für die kommenden vier Wochen euren Familienbereich. Da müsst ihr dann aber auch wieder mit Planänderungen rechnen, solange der Merkur noch rückläufig ist. Insgesamt ist es also ein Monat, in dem für euch die Sachen am besten laufen, die schon eine ganz klare Struktur haben und keiner Neuorientierung bedürfen. Neue Pläne oder auch neue Liebesentwicklungen sind dagegen noch mit Vorsicht zu genießen. Zwar wird die Venus am 25. Juni wieder direktläufig, aber die Rückläufigkeit Merkurs zieht sich eben noch bis Mitte Juli hin. Eine gute Nachricht ist für euch, dass der Mars am 28. in den Widder läuft, also in euer Zeichen. Das ist eine große Sache, denn der Mars wird dort im September rückläufig und verbringt deshalb mehr als sechs Monate in eurem Zeichen. Das bringt einige Herausforderungen für euch mit sich, aber auch viele kraftvolle und produktive Phasen. Darauf gehe ich dann in meinen Videos für die kommenden Monate jeweils genauer ein. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Viele Planeten stehen im Juni in Harmonie zu eurer Sonne, sodass ihr das Leben genießen wollt. Die Geburtstagskinder der ersten Dekade empfangen allerdings herausfordernde Aspekte von Uranus und Saturn, wobei ihr das auch dann spürt, wenn ihr andere Planeten im Stier habt, die diese Einflüsse empfangen. Wenn ihr in den Tagen rund um den 20. April Geburtstag habt, stehen für euch berufliche Entscheidungen an, vielleicht auch hervorgerufen durch die Corona-Krise, die nicht einfach sind. Zumal es weiterhin sehr schwierig ist, Pläne zu machen. Versucht, euch nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern spielt auf Zeit. Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind noch nicht sicher und müssen eventuell nochmal revidiert werden. Wenn ihr unter dem Einfluss von Uranus steht, das betrifft vor allem diejenigen, die gegen Ende April Geburtstag haben, dann spürt ihr, dass wichtige Veränderungen anstehen oder ihr befindet euch bereits in einem Prozess des Umbruchs oder Neubeginns. In dem Fall solltet ihr jetzt langfristig denken und wissen, welches Ziel ihr dabei vor Augen habt. Dann wird es euch auch nicht so aus der Fassung bringen, wenn die Dinge in den kommenden Wochen und Monaten anders verlaufen als geplant. Die besten Erkenntnisse über die möglichen oder nötigen Neuausrichtungen in eurem Leben erhaltet ihr in der ersten und der letzten Woche des Monats. Davon abgesehen sind die Aspekte, wie gesagt, überwiegend erfreulich für euch. Ihr bekommt die Gelegenheit, euch wieder mit Freunden zu treffen oder zum Beispiel durch Gartenarbeiten und andere Beschäftigungen in der Natur Kraft zu tanken und gute Laune aufzubauen. Aber versucht dabei, die Themen Freundschaft und Geld gut zu trennen. Hier könnten sich sonst Probleme ergeben. Die rückläufige Venus steht ja bei euch im Geldhaus und das kann bedeuten, dass ihr zum Beispiel Außenstände habt, die nicht bezahlt werden. Wenn ihr Freunden und Bekannten Geld geliehen habt, sind die nun vielleicht nicht in der Lage, euch das zurückzuzahlen und das kann dann Stress für die Freundschaft mit sich bringen. Vielleicht seid ihr aber auch selbst in einen finanziellen Engpass geraten, dann würden euch die Sterne allerdings davon abraten, euch Geld bei Freunden zu leihen. Besonders rund um den Vollmond am 5. Juni können mögliche Konflikte zu diesem Thema zutage treten. Ihr solltet auch den Juni über möglichst keine neuen finanziellen Verträge abschließen oder wertvolle Anschaffungen machen, wenn es sich vermeiden lässt. Und achtet auch darauf, dass ihr nicht mehr Geld ausgebt, als da ist, wobei die meisten Stiere da recht vorsichtig und vernünftig sind. Es kann aber sein, dass ihr unter dem Einfluss von Venus und Neptun im Mai eure Kasse geplündert habt und dann kannst dich noch bis Mitte Juli hinziehen, ehe sich das wieder auffüllt. Weil jedoch gleichzeitig die Jupiter-Pluto-Konjunktion günstig zu eurer Sonne steht, und das ist eine Konstellation für das große Geld, denke ich, dass es am Ende ein finanzielles Happy End für euch gibt. Wie meistens. Die Liebessterne stehen weiterhin etwas kompliziert. Die Venus ist ja rückläufig und bildet teilweise Spannungen zu Mars, der bei euch im Freundschaftshaus steht. Bei neuen Flirts kann es unklar sein, ob daraus Freundschaft oder Liebe werden kann. Vielleicht kommt es auch zu Eifersüchteleien seitens eines Freundes, der sich mehr erhofft hatte. Auch eine verflossene Liebe kann hier eine neue Dynamik reinbringen, die zu Komplikationen führt. Lasst euch da nicht zu sehr reinziehen. Genießen ist angesagt. Und wenn das nicht möglich ist, weil die Beteiligten sich in zu schwierigen Situationen befinden, dann überlegt euch gut, ob ihr euch das antun wollt. Die fest liierten Stiere dürften dagegen harmonische Zeiten erleben. Es sei denn, Uranus funkt dazwischen. Falls ihr unter seinem Einfluss steht und größere Dinge in eurem Leben verändern wollt oder müsst, kann das natürlich auch die feste Beziehung betreffen. Und dann ist es wichtig, dass ihr euch mit eurem Schatz sorgfältig absprecht. Und zwar möglichst noch in der ersten Monatshälfte. Am 18. Juni wird der Merkur rückläufig und dann häufen sich die Missverständnisse. Am 20. Juni spätabends geht die Sonne in den Krebs und nur wenige Stunden später, am 21. Juni morgens, ist der Neumond im Krebs mit der Sonnenfinsternis. Und in den Wochen darauf wird es häufig darum gehen, wie ihr euch ausdrückt und kommuniziert. Und falls ihr mit Worten arbeitet und Schreiben tätig seid, bekommt ihr wahrscheinlich große Inspirationen. Nur der Tag der Sonnenfinsternis selbst ist nicht günstig, um ein neues Projekt zu beginnen. Am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig. Das werdet ihr bestimmt als große Erleichterung wahrnehmen. Ab Mitte Juli ist dann auch der Merkur wieder direktläufig und dann gibt es grünes Licht für die Liebe und auch neue berufliche finanzielle Projekte. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Juni Geburtstag habt. Eure Konstellationen sind komplex und interessant, aber auch ein bisschen verwirrend. Mit Venus, Sonne und Mondknoten in eurem Zeichen wirkt ihr charmant und sucht nach Möglichkeiten zu flirten oder die Liebe zu genießen. Die findet ihr wahrscheinlich auch und sogar ein Seelenpartner kann nun euren Weg kreuzen. Da sind ganz besonders die Tage um den Vollmond am 5. Juni spannend, denn der findet im Schützen in eurem Partnerhaus statt und in Verbindung mit der Venus. Und er erscheint auch als partielle Mondfinsternis. Das ist vielleicht eine Gelegenheit, anlässlich eures Geburtstags eine Mondfinsternis-Party zu feiern. Auch das anschließende Wochenende wäre super für eine Geburtstagsfeier, vorausgesetzt, dass wir uns dann entsprechend frei bewegen dürfen. Trotzdem setzt sich die Tendenz aus dem Mai, dass nichts wirklich sicher ist und dass es teilweise schwierig ist, Schein und Sein auseinanderzuhalten, auch im Juni weiter fort. Deswegen genießt heitere Situationen, aber seid darauf gefasst, dass andere oder auch ihr selbst keine wirklich verlässlichen Zusagen machen oder einhalten können. Für einige von euch können sich Flirtsituationen mit beruflich wichtigen Personen ergeben. Da solltet ihr vorsichtig sein. Dieser Monat steht nämlich nicht nur unter dem verwirrenden Einfluss von Neptun, sondern auch der Mars in den Fischen beteiligt sich daran und beide stehen bei den Zwillingen im Karrierehaus. Besonders in der ersten Monatshälfte lauft ihr Gefahr, in eine Situation hineinzugeraten, die euch beruflich schaden könnte. Sei es, dass jemand enttäuscht ist und sich deswegen gegen euch stellt oder sei es, dass jemand eifersüchtig reagiert und das zu Problemen führt. Haltet euch auf jeden Fall immer an die Regeln. Beruflich können sich außerdem auch schwierige Situationen ergeben, in denen Vorgesetzte oder auch Ämter, mit denen ihr zu tun habt, nicht zu wissen scheinen, wo es lang geht. Dabei aber auch noch Druck auf euch ausüben. Da hilft am besten geduldiges Nachfragen oder Dienst nach Vorschrift. Finanzielle Absprachen solltet ihr immer schriftlich festhalten und bestätigen lassen, sonst kann es zurückziehen kommen. Achtet bitte auch eurerseits darauf, dass ihr euch zuverlässig ein Vereinbarungen haltet, egal wie die anderen sich verhalten. Ihr solltet immer nachweisen können, dass ihr korrekt gehandelt habt, sonst kann das später eurem Ruf schaden. In der zweiten Monatshälfte bringt zwar Saturn mehr Stabilität in solche Angelegenheiten, aber ab dem 18. wird dann der Merkur rückläufig und das bei euch im Geldhaus. Die Venus wird dann am 25. wieder direktläufig, aber insgesamt zieht sich die Phase der Unsicherheiten und Missverständnisse noch bis Mitte Juli hin. Gleichzeitig kann euch die Venus in eurem eigenen Zeichen unbekümmert und genussfreudig machen, wobei ihr dann die Konsequenzen eures Handels eventuell aus dem Blick verliert. Dadurch könntet ihr finanzielle Verluste erleiden, wenn ihr nicht aufpasst. Und in der Liebe kann es durchaus auch zu ungewollten Situationen kommen, wenn zum Beispiel jemand eure Absichten missversteht. Und falls ihr nicht ungewollt schwanger werden wollt, vielleicht mit einem Flirt, den ihr eigentlich gar nicht ernst genommen hattet, solltet ihr auch aufpassen. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade, wo der Mondknoten und die Sonne sich um den 20. herum treffen. Wenn ihr jedoch schwanger werden wollt, ist es ein glänzender Monat dafür, eine neue Seele in Empfang zu nehmen. Eine sehr wichtige Konstellation für euch ist der Neumond am 21. Juni, das ist zugleich eine ringförmige Sonnenfinsternis. Für die Geburtstagskinder vom 17. bis 20. Juni können sich in den darauffolgenden sechs bis neun Monaten sehr wichtige Veränderungen im Leben ergeben. Sei es, dass ihr jemand Neues kennenlernt, euch beruflich verändert oder einen Umzug ins Auge fasst. Der Neumond selbst findet im Zeichen Krebs statt und die Sonne aktiviert anschließend für die kommenden vier Wochen euer Geldhaus. Da kann es um Fragen eures persönlichen Besitzes, aber auch eures Selbstwertgefühls gehen. Normalerweise ist ein Neumond ja immer gut, um neue Vorhaben zu beginnen, aber nicht, wenn an dem Tag Finsternis stattfindet. Das heißt, ihr solltet planen und über wichtige Entwicklungen in eurem Leben nachdenken, aber umsetzen bitte erst entweder ab dem 25. Juni, wenn die Venus wieder rückläufig ist, oder wenn ihr ganz sicher sein wollt, ab Mitte Juli, dann ist auch der Merkur wieder direktläufig. Hallo, ihr feinfühligen Krebse und Krebsaszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Ihr steht nun häufig im Mittelpunkt interessanter Gespräche und eure Meinung ist gefragt, denn Kommunikationsplanet Merkur steht bei euch im Zeichen. Euer Verständnis von Empathie und gutem Zuhören und euer Bedürfnis und eure Fähigkeit, über Gefühle zu reden, kommen gut an. Das kann auch einen Ausgleich dazu schaffen, dass die Venus sich für euch ja im Rückzug befindet, denn sie steht beim Krebskollektiv im versteckten 12. Haus. Das kann sich zum Beispiel so äußern, dass die Liebe eher innerlich stattfindet als in der wirklichen Welt oder dass ihr in der Liebe irgendwie nicht zum Zuge kommt. Ich nenne euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin ja Krebsaszendent. Ich bin nun seit Anfang März getrennt von meinem Ehemann, der ja in Amerika lebt. Wir wollten uns eigentlich Ende April bis Mitte Mai wieder getroffen haben, aber das ging natürlich nicht. Und im Moment wissen wir auch nicht genau, wann wir uns wiedersehen werden. Wir müssen derzeit mit digitalem Kontakt Vorlieb nehmen. Und nicht nur das. Für uns Krebse und Krebsaszendenten fand ja die Saturn-Pluto-Konjunktion im Partnerbereich des Horoskops statt. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Partnerschaft transformiert wird oder dass man vorübergehend Opfer bringen muss. Wenn es euch also auch so ergeht, ihr seid nicht alleine und der Merkur im Krebs wird euch dabei helfen, trotzdem Wege für einen liebevollen Austausch zu finden. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren posten, wie es bei euch in der Beziehung gerade so läuft. Romantikplanet Neptun steht ja weiterhin auf lange Sicht positiv zum Krebszeichen im neunten Sonnenhaus der Reisen und der Ferne, sodass vielleicht viele Krebse und Krebs Krebsaszendenten auch in der Lage sind, trotz Distanz ihre romantischen Gefühle aufrecht zu erhalten. Sehr gut sind die Konstellationen für alle Krebsgeborenen, die spirituell oder mit energetischen Heilmethoden arbeiten. Denn nicht nur die Venus, auch der Mondknoten und die Sonne aktivieren das spirituelle zwölfte Haus. Das ist sicherlich sehr schön für magische Rituale und eine gute Verbindung zur geistigen Welt. Dafür eignet sich besonders der Vollmond am 5. Juni, der auf eure heile Achse fällt. Immerhin seid ihr durch diese Aspekte nicht so stark von Liebesverwirrungen betroffen, weil ihr euch wahrscheinlich gar nicht aus eurem Schneckenhaus heraus bewegt und großartige Risiken eingeht. Das wäre jedenfalls die sicherste Haltung. Die Sterne legen eher nahe, dass man eure Nähe sucht, weil ihr gut Trost spenden und zuhören könnt. Finanziell seid ihr wahrscheinlich auch entsprechend vorsichtig oder solltet es jedenfalls sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Krebs jetzt gerne online schöne Dinge bestellen, um ihr Heim gemütlicher zu machen. Da solltet ihr dann halt aufpassen, dass ihr nicht zu viel Geld ausgebt. Und von komplizierten finanziellen Vorhaben solltet ihr jetzt erstmal die Finger lassen, wenn sie sich irgendwie vermeiden lässt. Wenn ihr im Internet arbeitet und beispielsweise Webinare gebt oder ähnliches, dann sind dafür die ersten Tage des Monats besonders gut geeignet. Für manche von euch gibt es jedoch beruflich heikle Situationen, denn Chiron und Lilith stehen bei euch im zehnten Haus der Karriere. Sei es, dass ihr durch die Covid-19 Maßnahmen betroffen seid oder dass ihr vielleicht selbst im Medizinwesen im Einsatz seid und die Situation sich dort schwierig gestaltet. Aber auf geheimen Wegen fließen euch immer wieder neue Kräfte zu, denn Mars und Neptun in den Fischen stehen ja günstig zu euch. Das ist ein Strom mit feinstofflicher und regenerativer Energie, von der ihr da profitiert. Am 18. Juni wird der Merkur bei euch im Zeichen rückläufig und zwar insgesamt bis zum 12. Juli. In der Zeit müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht falsch verstanden werdet. Die Zeitqualität steckt voller Unklarheiten und Unsicherheiten, davon sind alle betroffen. Deswegen dürft ihr Missverständnisse oder Falschinformationen bitte nicht persönlich nehmen. Es sei denn, hinter eurem Rücken wird schlecht über euch geredet. Dann müsst ihr natürlich energisch dagegen vorgehen. Am 20. Juni um 23.44 Uhr geht die Sonne dann dieses Jahr in euer Zeichen Krebs, gleich gefolgt von einem Neumond mit einer Sonnenfinsternis am 21. um 8.40 Uhr am Morgen. Das ist eine große Sache für alle, die in diesen Tagen Geburtstag haben, denn eine Sonnenfinsternis kündigt immer größere Veränderungen im Leben an. Für euch kann das besonders die Beziehung betreffen, aber möglich ist auch eine räumliche oder berufliche Veränderung und zwar innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate. Der Neumond im Krebs ist für euch besonders wichtig. Nutzt diese Phase, um zu meditieren und über eure Zukunft nachzudenken. Am Tag der Sonnenfinsternis selbst solltet ihr jedoch möglichst kein neues Vorhaben starten. Wartet mit der Umsetzung lieber ab. Ab dem 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig und am 12. Juli dann auch der Merkur. Danach beginnt eine Phase, die günstiger ist für eure neuen Pläne. Und mehr dazu erfahrt ihr dann in meinen Videos für den Juli. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Wenn die Zeiten nicht so unsicher wären, könnte der Juni ein richtig toller Partymonat für euch werden. Die Sonne, Venus und der Mondknoten stehen günstig zu eurem Zeichen und das auch noch im Haus der Freunde. Ihr werdet sicherlich das Bedürfnis verspüren, euch mit eurer Clique zu treffen und etwas zu unternehmen. Und wenn ihr euch dabei respektvoll und vorsichtig verhaltet, sollte das auch möglich sein. Vielleicht haben sich Freundinnen oder Freunde aus der Vergangenheit gemeldet oder auch jemand, mit dem ihr mal eine Affäre hattet und dem wollt ihr nun gerne nachgehen. Das funktioniert am besten, wenn ihr frei, ungebunden und niemandem Rechenschaft schuldig seid. Wobei ihr natürlich gegebenenfalls auch auf Gesundheitsfragen achten müsst. Löwen in fester Beziehung sollten ein bisschen aufpassen, denn da gibt es ein Konfliktpotenzial zwischen dem festen Partner und einer freundschaftlichen Angelegenheit. Offenbar ist euer Schatz nicht so gut auf jemanden aus eurem Freundeskreis zu sprechen, vor allem wenn jemand aus der Vergangenheit wieder aufgetaucht ist. Das merkt ihr vielleicht nicht gleich, weil euer Partner das nicht so direkt sagt. Aber wenn euer Schatz schmollt, keine Lust mehr auf Erotik hat oder kritisch an euch herumstichelt, solltet ihr das ansprechen und schauen, was die wahre Ursache dafür ist. Rund um den Vollmond am 5. Juni neigt ihr zu einem gewissen Leichtsinn, sei es mit einem Liebes- oder Flirtpartner oder indem ihr eine Gesundheitsregel übertretet. Seid da bitte achtsam. Immerhin habt ihr die Jupiter-Pluto-Verbindung in eurem Gesundheitshaus. Das kann euch einerseits stärken und verheißt besonders gute Regenerationskräfte, doch es ist eben auch eine Konstellation für Übertreibung und Selbstüberschätzung. Also Vorsicht! Besonders die Löwen der ersten Dekade, die jetzt die Einflüsse von Uranus und Saturn empfangen, sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Auf der beruflichen Ebene stehen möglicherweise Entscheidungen für euch an und ihr müsst schnell handeln, ohne alle Eventualitäten klären zu können, weil ja die allgemeine Zeitqualität so unsicher ist. Wo immer möglich, solltet ihr auf Zeit spielen und schauen, dass ihr wichtige Entscheidungen bis Mitte Juli hinaus zögern könnt. Wenn das nicht geht, lasst euch jedenfalls nicht unter Druck setzen, sondern überprüft alle Gegebenheiten sorgfältig. Für die Finanzen gilt, dass ihr vorsichtig sein solltet mit Vorschlägen und Ratschlägen seitens eurer Freunde oder Netzwerkkontakte. Die wissen womöglich selber nicht wirklich, wo es lang geht. Auch solltet ihr es möglichst vermeiden, Freunden Geld zu leihen oder selbst Freunde anzupumpen. Solange die Venus rückläufig ist, ist die Zeit ungünstig für neue finanzielle Vorhaben und Vereinbarungen oder größere Anschaffungen, jedenfalls wenn es kompliziert und unübersichtlich ist. Wenn sich das bis Mitte Juli verschieben lässt, wäre es besser. Der Merkur steht für euch im zwölften Haus. Das kann den Fluss der Informationen verändern und erschweren und dort wird er dann am 18. Juni auch rückläufig. Insofern ist die erste Monatshälfte noch günstiger für Entscheidungen als die zweite, aber ideal ist das alles nicht. Am 20. Juni um 23.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Krebs und aktiviert dann für vier Wochen euer zwölftes Haus der Spiritualität. Nur wenige Stunden später haben wir dann am 21. Juni morgens um 8.40 Uhr und der erscheint als Sonnenfinsternis. Alles in eurem zwölften Haus. Vielleicht habt ihr dann öfter mal das Bedürfnis, nach innen zu lauschen und zu meditieren, zumal dort ja auch Merkur steht und das übrigens aufgrund seiner Rückläufigkeit bis Anfang August. Insofern ist die Zeit zwar nicht so günstig für geschäftliche Vorhaben, wohl aber um beispielsweise mit dem Meditieren zu beginnen oder sich mit spirituellen oder schamanischen Techniken zu beschäftigen. Am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig und beglückt euch dann noch weitere vier Wochen mit einem angenehmen Freundschaftsaspekt. Am 28. geht der Mars in den Widder und das ist für euch eine große Sache, denn er bleibt dort aufgrund seiner Rückläufigkeit bis Ende des Jahres und befindet sich dann die ganze Zeit in einem günstigen und stärkenden Aspekt zur Löwesonne. Der Merkur bleibt noch bis zum 12. Juli rückläufig. Danach beginnt eine der besten Phasen des Jahres und die fällt genau in die Zeit, in der ihr Geburtstag habt. Mehr dazu dann in meinen Videos für den Juli und den August. Hallo, ihr fabelhaften Jungfrauen und Jungfrau-Ascendenten. Für euch sind die Einflüsse der Planeten gemischt. Einerseits profitiert ihr weiterhin von dem Macht- und Erfolgsduo Jupiter und Pluto, die günstig zur Jungfrausonne stehen. Vor allem die Geborenen der dritten Dekade haben dadurch gute Verbindungen zu einflussreichen Leuten und die Chance, trotz der Krise gut zu verdienen und ihre Position zu festigen. In dieser Hinsicht ist für euch die erste Monatshälfte am besten. Die restlichen Jungfraugeborenen empfangen eher verwirrende Einflüsse, auch diejenigen, die durch den Einfluss von Uranus zurzeit brillant und erfinderisch sind. Ihr alle habt mit Verunsicherung und unklaren Situationen zu kämpfen. Es sind größere Ausschläge nach oben und unten möglich und ihr solltet bei allem immer darauf achten, in eurer Mitte zu bleiben. Beruflich sind die Einflüsse grundsätzlich günstig, denn der Mondknoten, die Venus und die Sonne in eurem Karrierehaus zeigen an, dass ihr wichtig seid und in der Firma oder in eurem Job eine große Rolle spielt. Doch die Venus ist rückläufig und das kann geschäftliche bzw. finanzielle Verzögerungen oder Rückzieher anzeigen. Mars und Neptun stehen im Partnerhaus und zeigen Leute an, die euch undurchschaubar erscheinen oder mehr versprechen, als sie halten können. Versucht euch davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihr habt allen Grund an euch und eure Fähigkeiten zu glauben. Zum Vollmond am 5. Juni sind die Konstellationen recht angespannt, sodass ihr möglicherweise das ganze Wochenende über berufliche oder auch partnerschaftliche Entwicklungen nachdenkt und nicht recht zum Schlafen kommt. Jedoch steht der Merkur, euer klassischer Herrscher und deshalb sehr wichtig für euch, den ganzen Monat und noch bis Anfang August günstig für euch im Freundschaftshaus. Das bedeutet, dass Gespräche mit Freunden oder Vertrauten euch dabei helfen können, euch zu sortieren. Es kann sogar auch sein, dass ihr selbst gefragt seid, zum Beispiel, weil ihr euch stets gut informiert und Situationen gut einschätzen könnt. Außerdem arbeiten viele Jungfraugeborene ja als Heilerinnen oder Ärztinnen. Wahrscheinlich habt ihr da einigen Zulauf und es herrscht ein großes Bedürfnis an Zuwendung, das über die rein technische Behandlung hinausgeht. Besonders in der ersten Woche habt ihr dahingehend brillante Ideen. Wenn ihr den Neptun zurzeit frontal auf eure Sonne stehen habt, kann euch eure klare Einschätzung auch mal abhanden kommen. Wahrscheinlich ist aber eher, dass andere euch verwirren und wenn ihr euch dann einfach mal zurückzieht und euch die Zeit nehmt, alles in Ruhe zu durchdenken, findet ihr auch wieder zu euren analytischen Fähigkeiten zurück. Aus demselben Grund stehen die Sterne auch für die Liebe heikel. Sie machen euch einerseits romantisch und offen für interessante Begegnungen. Doch wenn ihr euch verliebt, seid ihr natürlich auch offen für den Einfluss durch andere und es besteht leider die Gefahr, dass jemand euch nicht gut tut. Das kann seelisch sein, aber ebenso auch auf der gesundheitlichen Ebene, denn harte Neptun-Aspekte zeigen auch die Anfälligkeit für Infektionen und Ansteckung an. Das Ganze wird im Juni durch den Mars verstärkt, deswegen raten euch die Sterne zur Vorsicht. Maßnahmen wie Abstand halten oder eine Maske tragen dürften eher zu euren Gunsten sein, als euch einzuschränken. Am 18. Juni wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 12. Juli. Während dieser Zeit kann es sein, dass ihr von Freunden oder Businesskontakten falsch verstanden werdet oder dass der Informationsfluss erschwert ist. Bedenkt bitte, dass die Zeitqualität für alle zurzeit schwer zu durchschauen ist und nehmt das nicht persönlich. Viele werden von selbst einsehen, dass der Fehler nicht bei euch liegt, wenn ihr einfach zuhört und euch verständnisvoll zeigt. Es sei denn, jemand verbreitet Unwahrheiten über euch, dann müsst ihr das natürlich korrigieren. Und das ist wichtig, denn in eurem Freundschaftshaus passiert noch ganz viel. Am 20. Spätabends geht die Sonne in den Krebs und nur wenige Stunden später, am 21. Morgens, ist der Neumond verbunden mit einer Sonnenfinsternis. Beides lenkt gewaltige Energien in den Bereich eurer Freundschaften, aber auch der gesellschaftlichen Gruppen, denen ihr euch zugehörig fühlt. Hier kann sich in der Zukunft einiges verändern, wozu ihr auch beitragen könnt. Nur am Tag der Sonnenfinsternis selbst solltet ihr kein neues Vorhaben starten. Am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig und mancher berufliche oder finanzielle Prozess, der ins Stocken geraten war, kommt dann wieder in Gang. Und wenn sich das noch hinzieht, dann sollte es spätestens Mitte Juli spürbar vorangehen, wenn auch der Merkur wieder direktläufig ist. Mehr dazu dann in meinem nächsten Sternzeichen-Video. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Zum Start in den Juni stehen die Sonne, die Venus und der Mondknoten günstig zu eurem Zeichen. Das bedeutet, dass ihr Mittel und Wege finden werdet, wieder mit vielen Menschen in Kontakt zu gehen. Am liebsten würdet ihr sogar in die Ferne schweifen und verreisen. Doch die Sterne raten auch zur Vorsicht, denn der Mars in den Fischen und auch Neptun befinden sich in eurem Gesundheitsbereich und bilden den Juni über auch Spannungen zur Venus, die ja noch rückläufig ist. Ihr solltet also weiterhin sehr achtsam sein und euch gegebenenfalls schützen, denn der Mars im Gesundheitshaus kann auf die Gefahr von Infektionen hinweisen. Und weil der Mars in den Fischen eher schwach steht, könnte euer Immunsystem schwächeln. Gut sind die Konstellationen allerdings für alternative feinstoffliche Heilmethoden, zum Beispiel Homöopathie. Eventuell könntet ihr überlegen, vorsorglich ein Konstitutionsmittel zu nehmen, um euch zu stärken. Auf jeden Fall kann etwas Vorsicht nicht schaden, auch wenn ihr euch jetzt am liebsten mit Vollgas ins soziale Leben stürzen würdet. Besonders um den Vollmond am 5. Juni herum könntet ihr geneigt sein, alle Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen. In eurem Partnerhaus stehen Lilith und Chiron. Das ist eine anspruchsvolle Konstellation, die Herausforderungen durch Menschen, denen ihr begegnet, anzeigt. Durch die gute Verbindung zu Venus können sich solche Begegnungen durchaus positiv entwickeln. Falls ihr Single seid, könnte sich sogar eine ungewöhnliche Liebesaffäre anbahnen, die das Potenzial hat, etwas in euch zu heilen. Das alles aber bitte immer mit Vorbehalt, weil die Venus ja noch rückläufig ist. Wenn ihr fest liiert seid, können diese Konstellationen einen Partner anzeigen, der erkrankt ist oder aus anderen Gründen der besonderen Zuwendung bedarf. Viele vage Geborene sind auch in ihrem Privatleben zu Hause weiterhin gefordert, Verantwortung zu übernehmen und sich gegebenenfalls auch um Familienmitglieder zu kümmern, die der Hilfe bedürfen. Das betrifft besonders die Geborenen der dritten Dekade. Die Geburtstagskinder der ersten Dekade haben zurzeit Saturn in einem günstigen Aspekt zur Sonne. Wenn ihr euch nach dem Lockdown wieder in einer Aufbauphase befindet und auch spürt, wie euer Business wieder Aufschwung bekommt, dann kann das der günstige Einfluss von Saturn sein, aber für diejenigen von der dritten Dekade auch der vom Mondknoten. Der Merkur steht den Juni über in eurem Karrierehaus. Falls ihr wichtige Gespräche führen und die Lage sondieren wollt, dann tut das in der ersten Monatshälfte. Wenn ihr aufmerksam zuhört, werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass Vorgesetzte und Geschäftspartner mit der Krisensituation selbst ihre Schwierigkeiten haben und froh sind, wenn man ihnen Verständnis entgegenbringt. Dadurch lassen sich jetzt gute Kompromisse finden. Komplizierter wird es dann in der zweiten Monatshälfte, denn am 18. Juni wird der Merkur rückläufig. Dann ist der Informationsfluss erschwert und man neigt dazu, Missverständnisse persönlich zu nehmen. Bitte behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr wichtige Businessgespräche führen müsst. Am 20. Juni um 23.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Krebs und dann ist Sommer Sonnenwende. Und direkt am nächsten Morgen ist dann der Neumond im Krebs verbunden mit einer Sonnenfinsternis. Das alles spielt sich bei euch im Bereich der Karriere und der Berufung ab und kann ein Hinweis darauf sein, dass sich dort in den nächsten sechs Monaten größere Veränderungen ergeben werden. Auf jeden Fall ist der Neumond im Krebs für euch immer ein wichtiger Zeitpunkt im Jahr, um über eure beruflichen Pläne nachzudenken und auch zu überlegen, ob ihr wirklich das tut, was euch am Herzen liegt. Das ist insofern besonders wichtig, als der Saturn ja für die kommenden zweieinhalb Jahre günstig zur Vagesonne stehen wird und euch dann beim Manifestieren hilft. Und je mehr ihr euch im Einklang mit eurer beruflichen Tätigkeit befindet, desto erfolgreicher werdet ihr darin sein. Der Neumond am 21. selbst ist jedoch wegen der Sonnenfinsternis kein guter Tag, um ein neues Unterfangen zu starten. Wartet mit der Umsetzung neuer Pläne am besten bis Mitte Juli. Am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig und dann kommen Beziehungsangelegenheiten, die ins Stocken geraten waren, wieder in Gang. Es fällt euch dann auch wieder leichter, im Hinblick auf die Liebe und Beziehungen Entscheidungen zu treffen. Noch klarer seht ihr dann wieder ab Mitte Juli, wenn auch der Merkur wieder direktläufig ist. Am 28. Juni geht der Mars in den Widder und das ist für euch eine große Sache, denn der Widder ist euer kosmisches Partnerzeichen und das Partnerhaus und der Mars wird sich dort für das ganze nächste halbe Jahr aufhalten. Das verheißt stürmische, zum Teil schwierige, aber auch aufregende Entwicklungen für eure Beziehungen und Partnerschaften. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Video für den Juli. Hallo ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Ich hatte in letzter Zeit viele von euch als Klientinnen und Klienten bei mir. Das ist dem Einfluss von Uranus geschuldet, den ihr offenbar nun immer stärker spürt. Ihr wollt etwas verändern in eurem Leben, vor allem auch in eurem Beziehungsleben. Wenn ihr eine Partnerschaft habt, zeichnen sich neue Entwicklungen ab. Wenn ihr Single seid, seid ihr nun offen und bereit, jemand Neues kennenzulernen, denn Uranus im Stier aktiviert euer kosmisches Partnerhaus. Seine Wirkung wurde im letzten Mondzyklus durch den Neumond im Stier sozusagen in eurem gesamten Zeichen verteilt. Aber aktuell empfangen besonders die Geburtstagskinder Ende Oktober, Anfang November seinen Einfluss und falls ihr noch andere Planeten im Skorpion habt, natürlich auch die. Jetzt im Juni ist euer achtes kosmisches Haus stark aktiviert. Das betrifft vor allem Skorpione in fester Beziehung, die mit dem Partner auch finanziell eng verstrickt sind. Und das ist bei den meisten Skorpiongeborenen der Fall. Hier gibt es womöglich einiges zu regeln und vielleicht besteht auch der Wunsch, getroffene Vereinbarungen nochmal neu zu bewerten und neu anzuschauen. Vielleicht ist auch jemand aus der Vergangenheit aufgetaucht, mit dem ihr oder euer Beziehungspartner früher zu tun hattet und womöglich stehen finanzielle Forderungen im Raum. Zum Glück steht der Merkur im Krebs günstig für euch. Deshalb solltet ihr über alles reden, vor allem in der ersten Monatshälfte. Wenn ihr happy seid in eurer Partnerschaft, lasst euch nicht durch Dritte verunsichern. Wenn ihr finanzielle Schwierigkeiten habt, macht nicht den Fehler, euch das gegenseitig vorzuwerfen. Mars und Neptun in den Fischen stehen günstig für euch im Bereich der Lebensfreude und Erotik, aber eben in Spannung zur Venus. Das kann bedeuten, dass ihr für Vergnügen zu viel Geld ausgebt oder dass ihr euch einem Hobby hingebt, an dem der Partner keinen Anteil hat und darüber kommt es zu Spannungen. Möglich ist auch eine heimliche Affäre, die eure Beziehung belastet. Die Tage rund um den 5. Juni am Vollmond sind dahingehend besonders verführerisch. Doch die Sterne raten zur Vorsicht, denn dadurch kann nicht nur seelischer Schaden entstehen. Auch gesundheitlich könnte es riskant sein, denn die Konstellationen begünstigen leider ein Infektionsgeschehen. Die Aspekte mit Chiron und Lilith bei euch im Gesundheitshaus lassen vermuten, dass es für euch heilsamer und sicherer ist, eure feste Beziehung zu schützen und ganz klar auf Abstand gegenüber Außenstehenden zu gehen. Saturn ist bei euch im Haus der Familie und weist in eine ähnliche Richtung. Es kommt nun darauf an, Grenzen zu ziehen und euer Privatleben, euren Wohnbereich und eure Kinder zu schützen und Verantwortung zu übernehmen. Möglich auch, dass ein älteres Familienmitglied erkrankt und ihr euch darum kümmern müsst. Beruflich solltet ihr im Juni recht gut vorankommen. Die Strukturen und Abläufe, die schon bestehen, sollten funktionieren und da könnt ihr euch gut einsetzen. Eure Vorgesetzten und Geschäftspartner sind froh und erleichtert, wenn sie sich auf euch verlassen können. Falls es besonders wichtige Vorhaben gibt, solltet ihr die in die erste Monatshälfte verlegen. Heikel ist der Beginn neuer beruflicher Projekte, vor allem die finanzielle Seite davon, solange die Venus rückläufig ist. Überhaupt neigt ihr finanziell im Juni etwas zum Leichtsinn und gebt möglicherweise zu viel Geld für euer Vergnügen aus. Gegebenenfalls solltet ihr da Vorsicht walten lassen. Am 18. Juni wird der Merkur rückläufig. Das macht es schwieriger, Informationen zu bekommen und die Menschen nehmen Missverständnisse persönlich. Am 20. Juni um 23.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Krebs und wir haben Sommersonnenwende. Und kurz darauf, am 21. Morgens ist dann der Neumond im Krebs, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Das bedeutet, dass sich bei euren Plänen, bei eventuellen Reisen oder Fortbildungen und bei eurer Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten sechs Monaten größere Veränderungen ergeben können. Es ist ja zurzeit immer noch sehr schwer, dahingehend etwas zu planen und das ist schon eine Herausforderung für euch Skorpione, weil ihr normalerweise recht genaue Vorstellungen davon habt, wie die Dinge laufen sollten. Deshalb meditiert doch zum Neumond mal drüber, bei welchen Vorhaben ihr flexibel sein könnt und was vielleicht noch alles möglich ist, um euch da schon mal darauf einzustellen. Am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig und finanzielle wie auch amoröse Prozesse, die ins Stocken geraten waren, gehen dann allmählich wieder voran. Bis wirklich wieder Klarheit herrscht, kann es jedoch Mitte Juli werden, wenn auch der Merkur wieder direktläufig ist. Hallo, ihr charmanten Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Ihr seid jetzt im Juni besonders gefordert, achtsam und bewusst mit euren Beziehungen und Kontakten umzugehen. Das Zeichen Schütze verführt ja an sich schon zum Leichtsinn und zur Abenteuerlust und diesen Monat werden diese Tendenzen noch durch die Planeten und die Mondphasen stark aktiviert. Die Sonne, die rückläufige Venus und der Mondknoten, befinden sich in eurem kosmischen Partnerhaus und machen euch Lust zu flirten, in Kontakt zu gehen, Leute zu treffen und euch zu amüsieren. In Spannung dazu stehen jedoch Neptun und Mars in den Fischen und die ganze Kombi sendet starke Energieimpulse ins Schützezeichen. Und die bringen neben gesteigerter Romantik, Fantasie und Kontaktfreude leider auch Verwirrungen und Verwicklungen in der Liebe. Und außerdem bedeuten sie auch an, dass das Immunsystem anfällig für Infektionen ist. Das Zeichen Schütze empfängt ja langfristig diesen harten Aspekt von Neptun, der neben Unklarheiten und Heimlichkeiten auch körperliche Schwächen bewirken kann. Und das Ganze wird jetzt noch verstärkt durch den Mars. Der Mars kann euch gereizt und rebellisch machen, so dass ihr einen dringenden Freiheitsdurst verspürt und es absolut leid seid, Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten und die Möglichkeit gesundheitlicher Risiken auch nur in Betracht zu ziehen. Besonders heftig sind die Konstellationen rund um den Vollmond am 5. Juni. Da steht der Mond im Schützen bei euch im Zeichen und wirkt so anregend, dass ihr geneigt seid, euch inspiriert, aber unvernünftig zu verhalten. Und der Mars im Bereich des Heims und der Familie zeigt außerdem, dass es vielleicht auch zu Konflikten bei euch zu Hause kommt mit Familienmitgliedern oder Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Und die reden dann aber nicht offen mit euch, sondern schmollen oder ziehen sich zurück. Zum Glück begünstigt die Jahreszeit den Aufenthalt im Freien, was sowieso der Schütze Natur sehr liegt. Ihr solltet euch also zumindest vornehmen, möglichst viele Aktivitäten draußen in die Natur und an die frische Luft zu verlegen. Gerade auch, wenn ihr euch mit Leuten trefft, dann seid ihr eher auf der sicheren Seite. Es kann außerdem auch nicht schaden, wenn ihr genug Schlaf bekommt und euch vernünftig und vitaminreich ernährt. In der Liebe müsst ihr berücksichtigen, dass neue Flirts auch wieder Rückzieher machen können oder dass die Liebe komplizierte Wege geht. Möglich auch, dass jemand aus der Vergangenheit sich wieder bei euch meldet, was je nachdem, in welcher Beziehungssituation ihr jetzt aktuell seid, prickelnd oder auch ziemlich aufwühlend sein kann. Die rückläufige Venus kann euch aber auch eine Chance bringen, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen und in der Zukunft etwas anders zu machen. Und das lohnt sich sehr, denn ihr habt jetzt die nächsten eineinhalb Jahre den Mondknoten ja im Partnerhaus stehen und dürft von daher mit besonders wichtigen Begegnungen rechnen. Vielleicht findet ihr sogar euren Seelenpartner. Beruflich und finanziell habt ihr im Juni einige Möglichkeiten, denn Jupiter und Pluto befinden sich in eurem Geldhaus. Das ist eine Konstellation für das große Geld, aber wenn man nicht aufpasst, eben auch für große Schulden. Uranus im Berufshaus zeigt plötzliche Chancen für euch an, die vielleicht auch viel Geld versprechen. Aber ich rate euch trotzdem sehr vorsichtig zu sein und euch nur auf Projekte einzulassen, wenn ihr euch dabei völlig sicher fühlt und alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Tütet diese Vorhaben möglichst in der ersten Monatshälfte ein. Am 18. Juni wird der Merkur rückläufig im Krebs und zwar bis zum 12. Juli. Dann wird es schwierig, über Beziehungsprobleme zu reden oder Verträge abzuschließen, denn es häufen sich die Missverständnisse und die Menschen nehmen vieles persönlich. Da müsst ihr dann eure gelegentlich freche Zunge hüten, denn euer Schatz bekommt eure Witze und Sprüche schnell in den falschen Hals. Am 20. Juni abends geht die Sonne in den Krebs, dann ist Sommersonnenwende und tags darauf haben wir dann den Neumond im Krebs, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist. Das alles aktiviert euer kosmisches 8. Haus, der Bereich eurer festen und verbindlichen Partnerschaften und auch der Geheimnisse, die ihr miteinander teilt. Da kann es nun durch die Wirkung der Sonnenfinsternis innerhalb der nächsten sechs Monate zu größeren Veränderungen kommen und deshalb tut ihr gut daran, eurem Schatz zuzuhören und euch mit seinen Nöten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ihr könnt den Neumond auch nutzen, um darüber zu meditieren, was ihr euch von einer festen und verbindlichen Beziehung wünscht. Das gilt auch für die Singles unter euch, denn ihr könnt davon ausgehen, dass eure Chancen in den nächsten eineinhalb Jahren eine Beziehung zu finden stark erhöht sind. Am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig und in der Liebe kommen festgefahrene Situationen wieder in Gang. Noch mehr klärt sich dann auf ab Mitte Juli, wenn auch der Merkur wieder direktläufig ist. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Wie geht es euch mit den Konstellationen? Jupiter und Pluto in eurem Zeichen legen nahe, dass viele von euch in der Krise der letzten Monate trotzdem auch Erfolg hatten oder sogar Gewinne machen konnten. Andere wiederum waren oder sind hart betroffen und manchmal passiert sogar beides gleichzeitig. Das hängt auch sehr davon ab, wo die beiden Planeten in eurem individuellen Horoskop stehen und in welchem Bereich die Saturn-Pluto-Konjunktion im Januar stattfand. Um das herauszufinden, müsstet ihr euer Horoskop genauer kennen. Gegebenenfalls könnt ihr dafür eine meiner Beratungen oder eins meiner schriftlichen Horoskope in Anspruch nehmen. Jetzt im Juni sind Gespräche mit eurem Schatz und wichtigen Geschäftspartnern begünstigt, denn Kommunikationsplanet Merkur steht den ganzen Monat über in eurem kosmischen Partnerhaus und dort wird später auch die Sonnenfinsternis stattfinden. Anfang Juni seid ihr wahrscheinlich viel mit eurem beruflichen oder auch gesundheitlichen Alltag beschäftigt. Der Neumond vom 22. Mai hat bei euch das kosmische Gesundheitshaus aktiviert und der Vollmond am 5. Juni bildet starke Spannungen zu der Konstellation. Deswegen wäre mein Tipp, dass ihr eure normalerweise vorsichtige und sicherheitsorientierte Haltung beibehaltet, weiterhin Ansteckungsgefahren meidet und eure Gesundheit etwas Gutes tut. Das gilt vor allem in den ersten drei Wochen des Monats. Nicht nur die Mondphasen legen das nahe, auch Chiron und Lilith stehen in Spannung zum Steinbockzeichen. Vor allem Chiron muss man ernst nehmen als Zeichen für seelische oder körperliche Verwundungen, die zwar wichtige Heilungsprozesse in Gang setzen, aber doch erstmal eine Herausforderung darstellen. Das betrifft euch vor allem, wenn ihr Ende Dezember Geburtstag habt, aber auch andere Positionen in eurem Horoskop können diese Einflüsse empfangen. Finanziell steht ihr womöglich gut da, denn Jupiter und Pluto in eurem Zeichen sind ein Symbol für das große Geld, jedenfalls wenn es gut läuft. Entweder ihr arbeitet in einer Branche, die jetzt Zuwachs hatte oder ihr habt im richtigen Moment eine Zuwendung von der Regierung bekommen oder ihr habt einfach gut gewirtschaftet. Allerdings kann diese Konstellation auch vergrößerte Schuldenlasten anzeigen. Deshalb würde ich euch raten, keine Kredite aufzunehmen für Sachen, die ihr nicht wirklich braucht. Ist ja zurzeit sowieso schwierig, solange die Venus rückläufig ist. Da sollte man möglichst keine neuen Projekte mit finanziellen Auswirkungen anfangen. Strukturen, die schon bestehen, werden dagegen wahrscheinlich weiterhin recht gut funktionieren. Ihr müsst allerdings mit der Kommunikation ein bisschen aufpassen. Es könnte zu Missverständnissen im Kollegenkreis kommen, zum Beispiel über Arbeitsabläufe oder Vereinbarungen werden nicht eingehalten, weil jemand einen Rückzieher macht. Verliert dann nicht die Geduld. Wirklich wichtige Sachen solltet ihr schriftlich formulieren. Gesundheitlich solltet ihr, wie gesagt, vorsichtig sein und außerdem kann es da auch zu Fehlinformationen kommen, zum Beispiel durch eine falsche Diagnose. Holt euch gegebenenfalls eine zweite Meinung ein, falls da Unsicherheiten bestehen. Für die Kreativen unter euch verheißen die Konstellationen viele gute Einfälle. Auch und gerade im Gespräch mit eurem Schatz oder mit vertrauten Geschäftspartnern kommt ihr auf gute Ideen. Nutzt für solche Gespräche die ersten beiden Wochen des Monats und haltet eure Geistesblitze gleich fest, denn sie sind flüchtig. Am 18. Juni wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 12. Juli. Das ist ja dann bei euch im Partnerhaus und dann müsst ihr verstärkt mit Missverständnissen rechnen und auch damit, dass Gesprächspartner Dinge persönlich nehmen. Vielleicht solltet ihr euch dann einfach mal aufs Zuhören verlegen und nicht gleich korrigierend eingreifen. Außerdem ist es eine günstige Zeit, um begonnene gute Ideen zu sortieren und auszuarbeiten. Am 20. Juni um 23.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr an den Krebs und aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus. Und nur wenige Stunden später, am 21. morgens um 8.40 Uhr, haben wir dann dort den Neumond, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist. Die kann in den nächsten sechs bis neun Monaten eine wichtige Wende für euer Beziehungsleben bringen, besonders wenn ihr rund um den 21. Dezember Geburtstag habt. Nutzt deswegen den Neumond, um darüber zu meditieren, was euch für eure Partnerschaft wichtig ist und wenn ihr Single seid, welche Art Partner ihr euch wünscht. Ihr solltet aber möglichst kein wichtiges Beziehungsevent auf den Tag selbst verlegen. Am 25. wird dann die Venus wieder direktläufig und sowohl gesundheitlich als auch in eurem Arbeitsumfeld können festgefahrene Prozesse wieder in Gang kommen. Am 28. Juni geht der Mars in den Widder und bleibt dann dort für das gesamte restliche Jahr, weil er rückläufig wird. Das ist ein herausfordernder Aspekt für die Steinbocksonne und mehr dazu erfahrt ihr dann in den Videos der nächsten Monate. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Für die Januar-Wassermänner waren die letzten beiden Monate wahrscheinlich recht bewegt, denn Saturn hat seine ersten Schritte in euer Zeichen gemacht, wo er noch bis Anfang Juli bleibt. Gleichzeitig habt ihr ja auch mit Unruhestifter Uranus zu tun. Das bedeutet, dass einerseits Aufbruchstimmung herrscht und ihr gern Dinge in eurem Leben verändern wollt, andererseits gab es aber vermutlich Blockaden und Hindernisse. Lasst euch davon nicht verunsichern, ihr seid trotzdem auf dem richtigen Weg. Wenn ihr bereits eine neue Verantwortung übernommen habt, denkt daran, dass euch auch mühselige Arbeiten langfristig Erfolg bescheren werden. Die übrigen Wassermanngeborenen empfangen zurzeit überwiegend angenehme Aspekte, vor allem durch die Sonne und die Venus in den Zwillingen, die jetzt im günstigen Aspekt zu eurem Zeichen stehen. Von dieser guten Energie könnt ihr alle profitieren, indem ihr euch wo immer möglich draußen in der Natur bewegt und Sport treibt, euch mit netten Leuten trefft und euren Hobbys nachgeht. Originell und erfinderisch wie ihr seid, werdet ihr Mittel und Wege finden, euch trotz möglicher Einschränkungen zu amüsieren. Das betrifft auch die Liebe. Die Venus im fünften Haus der Erotik und der Affären kann es mächtig prickeln lassen. Wenn ihr einen festen Partner habt, bekommt ihr Lust, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren. Neue Liebschaften sind jedoch noch unsicher, solange die Venus rückläufig ist. Deshalb dürft ihr das anfangs noch nicht zu ernst nehmen. Möglich auch, dass jemand aus der Vergangenheit nochmal mit euch es versuchen will. Vielleicht, weil die Erotik immer so toll war. Etwas heikel stehen eure Geldsterne. Langfristig habt ihr ja Fantasieplaneten Neptun im Geldhaus und der wird jetzt angeregt von Mars. Das kann euch diesen Monat durchaus dazu verführen, mehr Geld als nötig auszugeben. Vor allem rund um den Vollmond am 5. Juni. Normalerweise ist Mars im Geldhaus eine gute Konstellation, um Schulden einzutreiben und zu bekommen, was euch zusteht, beziehungsweise auch selbst euer Konto auszugleichen. Doch die Spannung zur rückläufigen Venus könnte dazu führen, dass mit viel Fantasie getrickst und versucht wird, um Zahlungsverpflichtungen herumzukommen. Falls ihr selbst überlegt, euch vor einer Zahlung zu drücken, denkt an das Gesetz der Resonanz. Wer säumig bleibt, dem werden auch Kunden oder Schuldner Geld nicht rechtzeitig zurückzahlen. Am sichersten seid ihr, wenn ihr finanziell sauber und zuverlässig bleibt. Beruflich könnte es ein produktiver Monat werden, denn der geschäftige Merkur steht bei euch im Haus des Joballtags. Wenn es viel zu tun gibt, versucht das in die ersten beiden Wochen des Monats zu packen, da kriegt ihr einiges geschafft. Auch falls ihr einen Beruf mit kreativen Möglichkeiten habt, fällt euch einiges ein. Wenn ihr in einem Heilberuf tätig seid, wo ihr eigene Ideen einbringen könnt, werdet ihr mit euren speziellen Methoden in der ersten Monatshälfte gute Erfolge erzielen. Danach wird es etwas schwieriger, denn am 18. Juni wird der Merkur rückläufig. Das kann bei euch zu Missverständnissen im Berufsalltag führen, eventuell auch zu einer Fehleinschätzung einer gesundheitlichen Frage oder eben auch, wenn ihr selbst Patienten oder Klienten habt. Seid in diesen Bereichen bitte besonders achtsam und geht sorgfältig vor. Berufliche Absprachen sollte man dann am besten schriftlich festhalten und Verträge möglichst vertragen bis auf die Zeit nach dem 12. Juli. Das ist auch deshalb besonders wichtig, weil auch der Neumond in diesem Bereich eures Horoskops fällt. Am 20. Juni um 23.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Krebs und dann haben wir die Sommersonnenwende und nur wenige Stunden später. Am 21. morgens um 8.40 Uhr ist dann der Neumond mit einer Sonnenfinsternis im Krebs. Sie aktiviert dann das sechste Sonnenhaus des Berufs und der Gesundheit für die kommenden sechs bis neun Monate und dort können sich wichtige Neuerungen ergeben. Im besten Fall auch ein neuer Job. Deswegen, wenn ihr gerade auf der Suche seid, streckt doch mal die Fühler aus und schaut, was es da für Möglichkeiten für euch gibt. Bewerbungen schreiben oder Vorstellungsgespräche führen solltet ihr aber erst nach dem 12. Juli, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Die Venus wird am 25. Juni wieder direktläufig, dann beginnen schöne Wochen in der Liebe. Was ins Stocken geraten war, geht dann wieder voran und die Venus verwöhnt euch noch bis Anfang August mit wunderschönen Flirtchancen und verspricht für die festliierten inspirierte Zeiten in der Liebe und der Erotik. Am 28. geht der Mars in den Widder. Dort bleibt er dann aufgrund seiner Rückläufigkeit im September bis Anfang nächsten Jahres und bildet dabei günstige Aspekte zur Wassermannsonne. Mehr dazu erfahrt ihr in eurem Horoskop für den Juli. Hallo, ihr fantasievollen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Im Juni läuft der Mars durch euer Zeichen und aktiviert euren Herrscher Neptun, verstärkt durch die Mondphasen. Das bringt eure Fantasie zum Sprudeln, kann aber auch eure Neigung zur Verpeiltheit verstärken. Auch die rückläufige Venus befindet sich in Spannung zu eurer Sonne. Das alles lässt euch sehr verführerisch wirken. Es fällt euch leicht zu flirten und empathisch zuzuhören. Ganz sicher werden euch die Herzen und die Sympathien zufliegen. Auch scheinen sich viele schöne Möglichkeiten für Projekte aufzutun und ihr bekommt interessante Anfragen. Aber es hapert an der Zuverlässigkeit. Nicht, weil ihr das nicht wollt, sondern weil es einfach passiert, wenn ihr nicht aufpasst. Deswegen würde ich euch empfehlen, alle Termine sorgfältig aufzuschreiben und To-Do-Listen zu führen. Gerade im Juni kann euch sonst so mancher Termin durchflutschen. Besonders heikel ist die Zeit rund um den Vollmond am 5. Juni, der euer Horoskop sehr stark aktiviert. Wenn Unzufriedenheit herrscht, entweder bei euch selbst, seitens der Familie oder auch seitens eurer Firma oder Auftraggeber, können dann Konflikte zutage treten. Doch seid ihr auch sehr kreativ darin, schnelle Lösungen zu finden? Doch abgesehen davon kann es ein sehr produktiver Monat für euch werden, in dem ihr vielleicht auch selbst die Initiative für das eine oder andere Projekt ergreift. Bei Jobs und Arbeitsabläufen, die bereits bestehen und gut eingespielt sind, sollte es daher recht positiv laufen, zumal auch Kommunikationsplanet Merkur den ganzen Monat über günstig zur fischischen Sonne steht. Besonders die ersten beiden Wochen des Monats versprechen dahingehend gute Ergebnisse. Schwieriger sind Projekte und Prozesse, die nun neu beginnen oder noch der Abstimmung bedürfen. Denn die Neigung zu diversen Missverständnissen, Rückziehern und Fehlinterpretationen ist nicht nur auf eurer Seite groß. Auch andere laufen diesen Monat Gefahr, teilweise nicht mehr ganz durchzublicken. Das solltet ihr also im Auge behalten. Die Liebessterne stehen sehr anregend für euch. Mit dem Mars im eigenen Zeichen seid ihr voller Lust und geht mehr als sonst aus euch heraus. Die Venus steht ja dazu in Spannung. Das ist sehr verführerisch, aber auch nicht so ganz einfach. So könnte es zum Beispiel zu Eifersüchteleien kommen, wenn euer Liebespartner den Eindruck hat, dass ihr etwas verheimlicht. Das kann schon einfach dadurch passieren, dass ihr manchmal nicht erreichbar seid, weil ihr zum Beispiel euer Smartphone zu Hause vergessen habt. Ihr müsst also darauf achten, dass eine Vertrauensbasis da ist. Die Sterne stehen sehr schön für süße Liebesnachrichten und originelle Verführungsideen. Das gilt natürlich auch für Singles und für euch ist auch Internetdating sehr ergiebig. Doch solange die Venus noch rückläufig ist, ist das alles noch mit Vorsicht zu genießen. Es kann auch passieren, dass Menschen eure freundliche Art als Flirt oder sogar Liebe missverstehen, auch wenn ihr das gar nicht so meint. Da solltet ihr gleich für Klarheit sorgen, damit es keinen Stress gibt. Auch mit Familienmitgliedern oder Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, kann es zu Auseinandersetzungen kommen, zum Beispiel, weil ihr unterschiedliche Vorstellungen über Gemütlichkeit und Sauberkeit habt. Wenn ihr dann neue Regeln festlegt, müsst ihr damit rechnen, dass die sich nochmal ändern. Erwähnen muss ich noch, dass die Verbindung von Mars und Neptun in eurem Zeichen bis Ende Juni auch ein Hinweis auf ein geschwächtes Immunsystem sein kann. Achtet deshalb bitte sorgfältig auf eure Gesundheit und vermeidet Situationen mit Ansteckungsgefahr. Am 18. Juni wird der Merkur rückläufig, was die Neigung zu Missverständnissen fördert und bei manchem muss man jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber wenn ihr mit eurer zugewandten Art empathisch zuhört, wird man euch das hoch anrechnen. Am 20. Juni um 23.44 Uhr ist dieses Jahr Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Am Morgen darauf um 8.40 Uhr ist dann der Neumond im Krebs mit einer Sonnenfinsternis. Das bedeutet, dass der Bereich eures kosmischen fünften Hauses nicht nur für die kommenden vier Wochen, sondern sogar für sechs bis neun Monate aktiviert wird und dass sich dort auch bedeutende Entwicklungen ergeben können. Erfreulicherweise ist das der Bereich der Lebensfreude, Erotik und Kreativität und auch eure Kinder. Nutzt deswegen den Neumond, um über diese wichtigen Lebensbereiche nachzudenken. Denn was ihr euch da wünscht und was ihr verändern wollt, kann dann auch wahr werden. Nur an dem Tag selbst solltet ihr keine wichtige neue Aktivität starten. Am besten ihr wartet noch ab, bis der Merkur am 12. Juli wieder direktläufig wird. Die Venus wird am 25. Juni wieder direktläufig. In der Liebe lassen sich dann Verstrickungen lösen und Beziehungen, die ins Stocken geraten waren, kommen wieder in Gang. Der Mars wird euer Zeichen am 28. Juni verlassen und in den Widder weiterziehen. Auch das wird euch dabei helfen, in der Liebe und in euren Beziehungen mehr Ruhe und Klarheit zu finden. Zum Schluss habe ich noch die neuesten Infos rund um meinen Service für euch. Wenn ihr eine Beratung bei mir in Anspruch nehmen wollt, könnt ihr die direkt über meine Homepage buchen oder meine wunderbare Assistentin Sonja anrufen. Die Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Empfehlen möchte ich euch aus aktuellem Anlass nochmal den Vitalstatus, mein schriftliches Gesundheitshoroskop. Die Konstellationen im Juni zeigen ein gewisses Risiko, sich eine Infektion einzufangen. Wenn ihr euch da also unsicher fühlt, könnt ihr gerne diese drei Monatsdeutung eurer Gesundheitsaspekte in Anspruch nehmen. Am 8. Juni um 21 Uhr gibt es wieder einen Livestream aus meiner beliebten Serie Wer passt zu wem? Diesmal Wer passt wie zum romantischen Krebs? In der Sendung könnt ihr auch ein schriftliches Horoskop gewinnen. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, meldet euch bitte an und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch zwei neue Produkte für euch. Ein schriftliches Kinderhoroskop für die Eltern neugeborener Kinder. Darin könnt ihr euch über die wichtigsten Planetenstellungen im Horoskop des Kindes informieren. Und ein Liebeshoroskop. Das ist die Deutung des gemeinsamen Horoskops für Paare in fester Beziehung. Das sogenannte Kombin. Und eins davon verlose ich diesen Monat. Die glückliche Gewinnerin oder der Gewinner in der Verlosung darf sich dann eins von beiden aussuchen. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr in meinem Video für den Juli. Um bei der Verlosung mitzumachen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten, konstruktiven Kommentar. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Oder ihr teilt mein Video in euren Social Media und schickt mir einen Link dazu als Mail oder auf Facebook oder Instagram. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und vergesst nicht, die Glocke oben rechts zu aktivieren. Empfehlen möchte ich euch auch noch meine Videos über den aktuellen Mondzyklus und zum Pentagramm der rückläufigen Venus. Außerdem auch das Mondknoten-Special Back to School. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!